Willkommen zum Unboxing von CaptainTodd's Treasure Tracker. Amazon war so gut und hat mir das Spiel schon zwei Tage früher zugeschickt, also am 31.12.2014. Da bin ich ganz froh drüber, da kann ich noch ordentlich aufnehmen. Das wird mein erstes Blind Let's Play. Und das will schon was heißen. Ich hoffe ihr seid da alle dabei. Am Releasetag, dem 2.01.2015 beginnt das. So sieht das von innen aus. Der CaptainTodd, sein erstes Abenteuer beginnt. Ich hoffe ihr seid da alle dabei. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich möchte am liebsten sofort loslegen. Ich hoffe ihr schaltet ein. Bis dahin. Tschüss.